Was geht YouTube und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und da aktuell die Länderspiele sind, gibt es eben keine dritte Liga und ich habe mir das mal zum Anlass genommen, um über Spieler zu sprechen, bei denen ich glaube, dass die in den nächsten ein bis zwei Jahren, also es ist wichtig, das vorweg zu sagen, dass ich glaube, dass die in den nächsten ein bis zwei Jahren wirklich deutlich höher klassischer spielen können, als in der dritten Liga und auch als beispielsweise bei einem Ausstiegsteam einfach nur in der zweiten Liga mitzuspielen. Also Spieler, denen ich mindestens mal zutraue, bei einem Mittelfeldteam in der zweiten Liga zu landen, dort auch Stamm zu spielen und vielleicht dann auch in der Bundesliga zu landen, das sind so die Spieler, die ich mir herausgesucht habe. Vorweg, ich habe da auch den einen oder anderen Spieler aus gewissen Kriterien oder Gründen nicht berücksichtigt, beispielsweise Marvin Obos, der ja aktuell in absoluter Topform ist bei RWE, der ist jetzt bei mir nicht reingekommen, weil der einerseits schon bei Holstein Kiel bei einem ziemlich guten Team in der zweiten Liga gespielt hat, da zwar noch nicht den Durchbruch geschafft hat, aber zeitgleich glaube ich bei ihm noch nicht, dass er so weit schon ist, beispielsweise bei einem Top-Team wie auch dem HSV zu spielen und deswegen hat mir das qualitativ, reicht mir das noch nicht von dem, was ich gesehen habe, dass ich jetzt sagen würde, der würde auf jeden Fall den Sprung zu einem Niveau schaffen, dass er bisher noch nicht gespielt hat, also deswegen, ja, solche Kategorien von Spielern, auch Marcel Lottga beispielsweise, der ja schon Bundesliga gespielt hat, damals mit der Hertha, der nur unglücklicherweise schon einen Vertrag beim BVB 2 unterschrieben hatte, auch den zähle ich jetzt nicht dazu, denn dass der Bundesliga spielen kann, das hat er damals schon bewiesen und zeigt er auch in der aktuellen Saison unter anderem mit seiner Leistung in Duisburg, von daher, solche Spieler sind nicht dabei, also los geht's. Ja, kommen wir auch direkt zum ersten Spieler, nämlich Felix Gebhardt und das war auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender Faktor dafür, dass Jan Regensburg diese unfassbare Serie von, ich glaube, knapp zehn Siegen in Folge damals hatte, womit sie sich auch diesen Puffer erspielt haben, den sie immer noch nicht komplett verspielt haben, trotz der schlechten letzten Wochen. Und die Verletzung von Felix Gebhardt war da auch ein gewisser Bruch in der Saison, denn man konnte das zwar anfangs noch einigermaßen mit Weidinger kompensieren, aber man hat es dann doch gemerkt, dass gerade seine fußballerische Komponente im Aufbauspiel eine wichtige Anschlussstation zu sein, dass das Regensburg nachher doch ziemlich gefehlt hat, dass es dann noch unkreativer alles wurde, man noch mehr lange Bälle gespielt hat und auch so, ja, einfach dieser Sicherheitsfaktor hinten, auch ein Torwart, der dir viele Bälle noch rausholt mit tollen Reflexen, was er auch letzte Saison schon in Halle gezeigt hatte, das hat einem deutlich gefehlt und für mich ist Felix Gebhardt so ein Torwart, der ideal beispielsweise so ein Ersatztorwart in der Bundesliga sein könnte, das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht mal Stammtorwart wird, beispielsweise beim KSC, das wäre, denke ich, eine ganz gute Kategorie von Vereinen oder vielleicht auch mal Paderborn, wenn da beispielsweise Bowing weggekauft werden sollte. Also das ist so das Regal, in dem ich ihn aktuell sehe und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, ob er Regensburg dann jetzt in den letzten Wochen, dann hat er jetzt mit der Länderspielpause ein bisschen Zeit, die Köpfe freizukriegen, ob der da nochmal der große Faktor dann vielleicht sein kann, um dann auch vielleicht einen größeren Umschwung nochmal zu schaffen und den Aufstieg dann vielleicht doch noch, ja, zu schaffen, obwohl es aktuell mit der Form wirklich überhaupt nicht so aussieht. Und ja, kommen wir auch zum nächsten Torhüter und das ist eben Jakob Goels. Und das ist für mich leistungstechnisch zusammen mit Lotka, ich sehe ihn sogar noch ganz, ganz leicht aktuell vor ihm, zumindest so, was so das Spektakuläre angeht in der Saison, ist er für mich bisher der Torwart der Saison. Denn ja, er ist für mich einer der ganz großen Stutzfaktoren praktisch, also Eckpfeiler bei RWE und Gründe dafür, dass sie überhaupt noch eine Chance haben, um reinzuschnuppern in den Aufstiegskampf. Er ist auch, ja, schon, ich denke, von allen Seiten genug gelobt worden, ist auf der Linie extrem stark, hat sich auch in der Strafraum beherrscht und deutlich verbessert und hat wirklich im Vergleich zur Vorsaison den nächsten Schritt gemacht. Und ihn kann ich mir auch wirklich gut nochmal in der Zukunft, ja, bei Top-Teams in der 2. Liga vorstellen. Sven ist ja auch jemand aus der ASV-Jugend, da könnte ich mir durchaus als Konkurrenten zum Beispiel von Raab vorstellen, wenn dann Heuer-Fernandes den Verein verlassen sollte. Ich kann mich mir auch sehr gut als Stammtorwart von Greuther Für zum Beispiel vorstellen, die ja mit Jonas Urbig, der ja nur geliehen ist vom 1. FC Köln, den Stammtorwart verlieren. Also das wäre so das Regal, in dem ich ihn sehen würde und bin mir auch sicher, dass wir ihn innerhalb der nächsten zwei Jahren dann, ob mit oder ohne RWE, dann eben höherklassig sehen werden. Da kommen wir zum nächsten Spieler und das ist Antonius Papadopoulos, der ja auch schon des öfteren Mal in der 1. Liga beim BVB reingeschnuppert hat, unter anderem eingewechselt wurde in der Hinrunde auswärts bei Bayer Leverkusen und da eigentlich immer wieder einen guten Eindruck gemacht hat, gerade mit seiner Aggressivität im Spiel, ist ein Spieler, dem das auch manchmal so ein bisschen zum Verhängnis wird. Beispielsweise kann man sich da mal anschauen, die Entstehung des 2 zu 0 in Essen, als er eben mit seiner Grätsche, ja, Obos dann nicht trifft, beziehungsweise Obos dann ihm vorbeigeht und dann später den Elfmeter rausholt. Das sind so Sachen, die passieren ihm häufiger, dass er mal zu spät kommt, dass er nicht ganz, ja, beim Mann ist, aber grundsätzlich ein sehr, ja, robuster Innenverteidiger, der auch mit seiner gesamten Wucht und auch mit seiner Präsenz die Mannschaft immer wieder auch anfeuert und, ja, kann ich mir sehr, sehr gut bei einem Team wie Paderborn vorstellen. Würde da, glaube ich, in diese Dreierkette bei Paderborn sehr, sehr gut hineinpassen und, ja, den gesehen sehe ich auf jeden Fall nächstes Jahr und ich bin mir auch sehr sicher, dass er den Verein verlassen wird. Der Vertrag läuft schließlich aus, weil schon im Winter das Gespräch, dass er vielleicht, ja, für knapp eine halbe Million irgendwo höherklassig wechselt. Ich kann mir sehr, sehr gut dort vorstellen, vielleicht wechselt er eben auch aufgrund seiner Wurzeln nach Griechenland in die 1. Liga. Aber ich denke, auch ihn werden wir nächstes Jahr mindestens in der 2. Deutschen Bundesliga sehen. Ja, dann noch ein Spieler, Felix Götze, auch von RWE in der Innenverteidigung und der ist für mich so praktisch der Hauptgrund dafür, dass RWE wirklich noch da mitspielt, wo sie eben mitspielen. Denn man sieht es auch anhand der Statistiken deutlich, ohne Götze sieht es gerade defensiv deutlich, deutlich schlechter aus. Er ist da der Unterschiedsspieler, den sie defensiv haben. Ja, hält da immer wieder den Laden zusammen, ist extrem clever in der Zweikampfführung, weiß auch, wann er zum Beispiel bei hohen Bällen sich eher zurückfallen lassen sollte, um dann nicht gegebenenfalls bei einer Kopfballverlängerung dann ja übertölpelt zu werden und vielleicht der Rechtsaußen ist dann frei durch beispielsweise. Also ist da einfach ein Spieler mit einer extrem guten Übersicht, ist sehr, sehr gut im Spielaufbau. Da auch immer der zentrale Mann sozusagen bei RWE, ist ja auch ein Spieler, der schon auf der 6 und auf der 8 viel gespielt hat, vor allem letztes Jahr auf der 8, auch für RWE, ist viele, viele Spiele gemacht. Und ja, ihn kann ich mir sehr, sehr gut beispielsweise auch als Konkurrent oder vielleicht sogar als Innenverteidiger nehmen beim HSV, neben Sebastian schon auch vorstellen, denn er ist tatsächlich so, vom Spielertyp her, sehr, sehr ähnlich zu ihm. Einfach ein spielstarker Innenverteidiger, der jetzt nicht mega schnell ist, aber auch nicht langsam. Also das ist jetzt auch nicht das große Problem. Ist jetzt kein Kaminski beispielsweise von Schalke, der da regelmäßig überlaufen wird. Also das ist jetzt auch nicht, ja, ein großes Problem. Ist jetzt auch nicht der allergrößte Innenverteidiger, aber das macht er, wie gesagt, oft mit seiner Cleverness wett. Und ja, einfach ein ganz, ganz zentraler Spieler von RWE, kann ich mir sehr gut bei einem 2. Liga-Top-Team schon vorstellen, als Stamminverteidiger. Und ich denke, den dürften wir auch, schließlich war ja auch mal beim FC Augsburg in der 1. Liga unter Vertrag. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir den innerhalb der nächsten drei Jahre, ja, wieder in der 1. Liga sehen werden. Kommen wir dann zum nächsten Innenverteidiger, und das ist eine Leihgabe vom Wolfsberger AC zur Spielvereinigung Unterhaching, nämlich Raphael Schifferl. Und das ist ein Spieler, der wirklich eine sichtbare Entwicklung in diesem Jahr vorgenommen hat. Am Anfang der Saison noch, ja, habe ich ihn häufig mal auch als kleinen Unsicherheitsfaktor wahrgenommen, hatte auch, glaube ich, mal ein unglückliches Eigentor erzielt. Aber er hat sich sehr, sehr schnell stabilisiert und ist auch ähnlich wie Götze so ein bisschen bei RWE auch ein Hauptfaktor dafür, dass Unterhaching jetzt so viel oder so stark noch oben mitspielt, weil sie einfach immer wieder in der Lage sind, einfach Spiele zu Null zu gestalten, defensiv, beziehungsweise wenig Gegentor einfach zu kassieren und dann häufig auch beispielsweise über Standardsituationen dann zu Toren kommen. Und ja, Schifferl mit seiner Kopfballstärke ist da wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Köpft da sehr, sehr viel einfach im Vorhinein schon weg, klärt viele Situationen, ist auch gar nicht mal so langsam, hat natürlich auch mit 1 zu 90 sehr, sehr lange Beine. Und ja, die Weise auch definitiv einzusetzen, ist auch ein spielstarker Innenverteidiger. Und ich bin mir auch sicher, dass Unterhaching diesen Spieler nicht weiter leihen kann, beziehungsweise kaufen. Und dass Raphael Schifferl in Deutschland, wenn der ein oder andere Scout ein bisschen aufgepasst hat, dann sollte er auf jeden Fall einen guten Markt haben. Und ja, kann mir sehr, sehr gut in der 2. Liga so auch dieses Regal um Platz 10 herum, da kann ich mir ihn auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut vorstellen. Kommen wir dann zum nächsten Spieler und das ist auch der dritte und letzte Spieler von RWE. RWE, nämlich Lukas Brumme. Lukas Brumme ist ein Spieler, der eigentlich in seinen meisten Profi-Jahren im linken Mittelfeld gespielt hat, hat diese Linksverteidiger-Positionen meistens, wenn dann überhaupt nur in der 5er-Kette beispielsweise, letztes Jahr bei WN Wiesbaden ab und zu mal gespielt. Da war ja eigentlich eher Brooklyn Issey gesetzt. Und ja, musste dann bei RWE aufgrund einer Verletzung von Celebi von Anfang an dort auf der Linksverteidiger-Positionen in der Saison spielen und hat sich da wirklich sehr, sehr stark reingefunden. Und ist ein sehr, sehr spielstarker Spieler, der auch einen sehr guten Antritt hat, also dadurch immer wieder beispielsweise von außen auch kurz in die Mitte zieht, am Gegner vorbeiläuft und dann ja den freien Mitspieler sucht. Ist jemand, der jetzt auch schon vier Vorlagen insgesamt hat, der immer wieder offensiv auch auftaucht und hat sich auch defensiv sehr, sehr stark verbessert. Ist beispielsweise jetzt nicht mehr so ein Spieler, der Flanken einfach zulässt, sondern eigentlich immer sehr, sehr gut auch beim Mann steht und physisch kaum zu überwinden mit seiner Schnelligkeit. Auch ein sehr, sehr interessantes Athletik-Profil einfach schon und kann ich mir daher auch in der Zukunft, hat er jetzt noch ein Jahr vertagt bei RWE, ich kann mir auch auf jeden Fall ab der Saison 25, 26 oder vielleicht schon, wenn RWE wirklich den Ausstieg noch schaffen sollte, ich kann mir auch wirklich sehr, sehr gut in der 2. Liga vorstellen. Auch das ist so erstmal so die Kategorie und Platz 10 darum in der 2. Liga, also Karlsruhe, Paderborn und so weiter und so fort diese Vereine. Ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall schon sehr gut mithalten und es ist wirklich ein sehr, sehr vielversprechender Spieler, bei dem man für RWE nur hoffen kann, dass sie den auch für die nächsten Jahre auf jeden Fall noch für ihre Ziele behalten können. Ja, kommen wir dann zu Julian Eitschberger und das ist ja eine Personalie, für die vielleicht auch den einen oder anderen Hallenser so ein bisschen überraschend wird, denn ich weiß, dass der durchaus nicht unkritisch gesehen wird, gerade in seinem Defensivverhalten und da muss er sich auf jeden Fall auch noch verbessern. Allerdings muss man eben auch betrachten, dass er ja gerade mal mit 19 Jahren in die Liga gekommen ist, jetzt gerade eben 20 geworden in diesem Monat und ja, ist ein Außenverteidiger, der auch offensiv sich immer wieder sehr, sehr stark beteiligt. Seine Score-Up-Punkte deuten darauf auch ganz leicht hin und ist ein Spieler, der von der Hertha ausgeliehen ist. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Hertha ihn dann wirklich zurückholt, ihn nicht weiter verleiht und er dann vielleicht als Backup auf der Außenverteidiger-Position, zum Beispiel für einen John Joe Kenny dann, dass er da immer wieder Einsatzminuten bekommen wird und ich glaube, ja, das könnte auch sehr, sehr gut funktionieren, dann ab und zu vielleicht auch mitspielen in der Regionalliga. Nordost für Hertha 2, dass er sich da dann weiterentwickelt und ja, ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass der auf später oder lang dann wirklich mal in der 2. Liga auch bei einem ganz ordentlichen Team Stamm spielen wird. Kommen wir dann zu Kaspar Jander und dem ersten Zentral-Milfeld-Spieler. Das ist ja ein Spieler, der schon im Winter auch verpflichtet wurde vom 1. FC Nürnberg für den Sommer und ich glaube auch, dass das wirklich der ideale Verein ist für ihn, um sich weiterzuentwickeln. Es gab ja auch weitere Interessenten, die da neben dran waren, unter anderem der HSV, aber ich glaube wirklich, dass Nürnberg auch mit dem Spielsystem von Fjell, da versucht man sehr, sehr viel mit dem Ball zu spielen. Ich glaube, dass ihm das sehr, sehr entgegenkommt, wie er das ist, ein Spieler, der sich immer clever um zentrale Müllfeld-Spieler herumdreht, so dann den Ballbesitz hält, ja, muss noch ein bisschen für mich an seiner offensiven Übersicht arbeiten, also verpasst er manchmal so das richtige Timing für ein Zuspiel, beispielsweise in die Spitze oder in die Gasse. Das ist so eine Sache, an der er noch arbeiten muss, auch natürlich noch ein bisschen so an seiner Füße ist, an seiner defensiven Präsenz, aber das sind eben so typische Themen, die halt U20, U21-Spieler immer wieder haben, ist ja auch deutscher, ich glaube, U20-Nationalspieler und ähnlich wie Eidsperger muss er da zwar noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich denke, Nürnberg wird ein sehr, sehr guter Verein für ihn sein und ich glaube auch, dass er in so einer besseren Mannschaft dann mit besseren Mitspielern, dass er davon sehr, sehr stark profitieren wird und dass sich auch der ein oder andere Duisburger vielleicht, der ihn jetzt ein bisschen kritischer gesehen hat in dieser Saison, gerade auch in der Rückrunde, bis er verletzt war, ich glaube, dass der sich noch wundern wird, dass man von Kaspar Jander auf jeden Fall noch in der Zukunft eine ganze Menge hören wird und dass es da auch definitiv in die Bundesliga für ihn gehen kann. Und tatsächlich hat der MSV Duisburg sehr, sehr viel Glück gehabt in dieser Saison damit, dass man zwar mit Kaspar Jander eben aufgrund einer Verletzung für den Rest der Saison ganz wichtigen Spieler dort verloren hat, aber dass man im Prinzip die exakte Kopie von ihm bereits im Kader hatte mit Jonas Michelbrink, der mich wirklich extrem stark an Kaspar Jander einfach erinnert, sehr, sehr ähnlich, ja, Fußball spielt, eigentlich im Prinzip kann ich die ähnlichen Sachen, die ich über Jander gesagt habe, kann ich auch über ihn sagen, auch er muss vielleicht defensiv noch ein bisschen zulegen, kann auch offensiv sich noch ein bisschen besser einschalten manchmal, aber er hält eben extrem gut Bälle, man kann ihn immer anspielen und selbst mit dem Gegenspieler direkt im Rücken weiß er sich zu behaupten, sich richtig aufzudrehen, um dann, ja, den Ball in den eigenen Reihen zu behalten. Also das ist so eine, ja, fußballerische Komponente, die gar nicht mal so viele Drittligisten haben, was ihn auf jeden Fall auch selbst in der MSV absteigen sollte für sehr, sehr viele Drittligisten, denke ich mal, interessant machen wird und ich bin mir auch sicher, ja, dass die dritte Liga noch nicht für ihn die Endstation sein wird, sondern ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wenn er so weitermacht, im nächsten Jahr den richtigen Drittligisten dann für sich findet, denn ich würde ihm auch bei einem Klassenerhalt, ehrlich gesagt, durchaus, ja, empfehlen, vielleicht den Verein zu wechseln und zu einem noch spielstärkeren Verein zu wechseln, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wir den auch in den nächsten zwei Jahren dann auf jeden Fall in der zweiten Liga sehen und dann haben wir auf jeden Fall noch so praktisch das Ausnahmetalent in der dritten Liga im Zentralmittelfeld mit Ole Pohlmann, der ja einfach ganz, ganz deutlich zeigt, dass er in dieser Liga nichts mehr zu suchen hat, nicht umsonst ja auch jetzt schon in der Bundesliga mal eingesetzt worden, aber hier sehen Sie die Scorer-Werte in der dritten Liga, 24 Spiele, 17 Scorer und ja, hat auch sehr, sehr viel schon beispielsweise im linken Mittelfeld gespielt, allerdings sehe ich ihn schon im Profibereich, dann eher im Zentralmittelfeld, hat er auch bei seiner Rückkehr jetzt, bei seinem Comeback gegen RWE eigentlich auch ein sehr, sehr starkes Spiel wieder gemacht, wie er teilweise mit Leichtigkeit durch die Mittelfeldreihen spaziert, ist schon wirklich, ja, eine Augenweide, technisch sehr, sehr gut, ein sehr, sehr guter Standardschützer auch, muss man sich alleine nur sein Freistoßtor bei Untaching anschauen, ja, ganz, ganz starker Spieler, sehr starke Schusstechnik, bringt eigentlich alles mit, hat auch eine ganz gute Körpergröße und ja, auch den werden wir mit Sicherheit in der nächsten Saison schon bei einem gehobeneren Zweitligisten sehen, könnte ich mir das wirklich beim HSV gut vorstellen, wo ja vielleicht bei einem, wenn die wieder in der zweiten Liga bleiben sollten, dann vielleicht auch ein gewisser Umbruch im Zentralmittelfeld passieren könnte, da könnte ich mir das sehr gut vorstellen, aber ja, das Niveau Palaboren hat er wirklich absolut mindestens drauf und da müsste eigentlich auch eine Bundesliga-Karriere bei herausspringen. Bei Niklas Hauptmann haben wir den Fall von einem Spieler, der in den letzten Jahren ja so ein bisschen abgestürzt war, ist ja als sehr, sehr junges Talent von Dresden zum 1. FC Köln gewechselt, zum Verein, bei dem ja sein Vater auch schon gespielt hatte, hat da allerdings auch aufgrund von Verletzungen nicht so den Durchbruch geschafft, war auch ein bisschen schwierig, dann in der ersten Liga direkt, nachdem man so gerade eben in der zweiten Liga ganz gute Leistung gezeigt hatte, dann direkt diesen Schritt zu machen, ist dann jetzt aber bei Dresden, wir sehen es auch, hat einen sehr, sehr langfristigen Vertrag, hat sich da auch wirklich ja deutlich verbessert, ist auch deutlich torgefährlicher geworden, auch wenn er jetzt in den letzten Wochen doch die eine oder andere Chance dann nicht genutzt hat, die er vielleicht hätte nutzen sollen, beispielsweise im Heimspiel gegen BVB 2, die ja diese absolute Monster-Chance oder auch jetzt zuletzt gegen Ulm, der Lattentreffer, allerdings ja, kreiert er ihm auch immer wieder diese Situation, weil er eben mit in den Strafraum geht, ist ein Spieler, bei dem man das Gefühl hat, dass der immer eine halbe Sekunde vorher schon weiß, ja, was er zu tun hat, bringt sich da immer wieder aus schwierigen Situationen selbst heraus, mit cleveren Körpertäuschungen, indem er dann doch diesen einen Schritt schneller noch ist und ja, ist ein Spieler, der in der dritten Liga auf jeden Fall nichts mehr zu suchen hat und sofern Dresden den Aufstieg schafft, wovon ich immer noch stark ausgehe, ja, wird der Dresden auch auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen, denn er ist auf jeden Fall ein Spieler, der auch das Potenzial für die erste Liga auf jeden Fall hat. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spieler vom FC Ingolstadt, zum ersten in diesem Fall, nämlich Benjamin Kanuric, der jetzt hier im linken Mittelfeld aufgeführt wird, weil eben ja Ingolstadt so ein 4-2-2-2 aktuell spielt, bei dem er dann häufig im linken Mittelfeld, beziehungsweise eigentlich ist es eher so ein linker Zehner ist, spielt, ist so ein Spieler, der so eine Physis hat, im Prinzip wie Leon Goretzka, also sehr, sehr groß gewachsen, mit 1,90, kann wirklich sehr, sehr viel Platz oder ja, Platz auf dem Spielfeld wie viele Meter überbrücken, dadurch, dass er einfach so lange Beine hat und so schnell ist, dann kommen Spieler eigentlich gar nicht gegen ihn an, können ihn nicht stoppen, ist auch in der Anfangsphase der Saison sehr, sehr positiv aufgefallen, da kann man sich beispielsweise auch mal sein Tor anschauen in Verl, was er damals geschossen hat, ja, hatte einen wirklich sehr, sehr guten Start in Ingolstadt, nachdem er in der letzten Saison bei Bielefeld schon den einen oder anderen Einsatz in der 2. Liga gehabt hat und da auch ein sehr, sehr schönes Tor damals gegen Darmstadt gemacht hat, gegen den späteren Aussteiger, hatte dann jetzt Verletzungsprobleme und ist da auch aus meiner Sicht so ein bisschen aus dem Tritt geraten, ist da nicht mehr so ganz dieser auffällige Spieler gewesen, aber alleine mit seiner Physis, ja, wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler, den auch sehr, sehr viele Zweitligisten mit Sicherheit gerne allein als Kaderspieler in ihren Reihen hätten und auch bei ihm sehe ich durchaus das Potenzial für die 1. Liga, allerdings, ja, muss da auch ein bisschen was richtig laufen in der Vereinswahl, da bin ich mal gespannt, ob er vielleicht, er hat ja noch einen etwas langfristigen Vertrag in Ingolstadt, ob er da sich vielleicht im Sommer schon eine neue Herausforderung sucht, ich würde es ihm fast wünschen, denn, ja, Ingolstadt ist einfach ein Verein, der in den letzten Jahren nicht allzu viel aus seinen Möglichkeiten macht, muss man einfach so ganz deutlich sagen, aber auch jetzt keine Chance ist mir auf den Aufstieg, bereits 8 Spieltage vor Schluss und, ja, bin ich wirklich mal gespannt, wie es für ihn persönlich noch so weitergeht. Ja, dann haben wir den ersten richtigen Stürmer, beziehungsweise Außenstürmer, nämlich Julian Hedver und das ist ein Spieler, der er schon in der letzten Saison in der Rückrunde angedeutet hatte beim MSV Duisburg, dass er alleine mit seinem Tempo, mit seinen tiefen Läufen ein sehr, sehr gefährlicher Spieler ist, der dann häufig auch gerne am Torwart vorbeigeht und einschiebt, hat er auch in dieser Saison das eine oder andere Mal gemacht, ist allerdings häufig, wenn er dann wirklich zentral vor dem Tor auftaucht und dann vielleicht nicht die Möglichkeit hat, am Torwart vorbeizugehen, da ist er manchmal noch ein bisschen zu unruhig im Abschluss, ist mir persönlich aufgefallen, dass er dann nicht die perfekte, ja, Möglichkeit wählt, hatte da, glaube ich, vor kurzem eine Szene gegen Bielefeld im Heimspiel, bei der er nur ins, ja, kurze Eck praktisch den Ball reinschieben muss und schiebt ihn dann ins lange Eck, ja, relativ kläglich vorbei. Dafür hat er allerdings, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Abschluss, wenn er dann so ein bisschen von schräg rechts beispielsweise in den Strafraum einzieht, da dann sehr, sehr festen und flachen Abschluss, der dann immer schwer zu halten ist für den Keeper. Muss für mich noch ein bisschen an seiner Ballbehandlung vor allem arbeiten, da hat er doch immer wieder, ja, grobe Fehler, wodurch er dann für versprechende Situationen auch so ein bisschen verdaddelt und muss auch noch so ein bisschen, ja, an seinem Dribbling einerseits arbeiten, andererseits auch, so seine Defensivverhalten ist manchmal ein bisschen, ja, da lässt er zu wünschen übrig einfach, ist da nicht so mit dem vollen Einsatz so dabei, was man so ein bisschen typisch auch von Offensivspielern kennt, also das muss er vielleicht für den Profibereich noch so ein bisschen verbessern, aber auch er alleine, ja, dadurch, dass er gerade mal 20 Jahre alt ist und schon so viel in der dritten Liga gezeigt hat, dass er so schnell ist, einfach ein sehr, sehr interessantes Profil für viele Zweitligisten und auch er hat definitiv das Potenzial, es in die erste Liga zu schaffen, aber längst glaube ich noch, dass das schon noch so mindestens zwei bis drei Jahre auf jeden Fall dauern wird. Kommen wir dann zu Maximilian Bräunig, ein Spieler, den ich tatsächlich schon vor den letzten Wochen, als er jetzt, ja, wirklich gefühlt jedes Spiel trifft, teilweise auch zweimal oder beziehungsweise in einem Einspiel in Lübeck sogar dreimal, stehen, den ich schon davor, ja, auf dem Kieker sozusagen hatte, auf dem Zettel, der, ja, wirklich ein sehr, sehr erwachsener Stürmer gefühlt schon ist, trotz seiner erst jetzt 23 Jahre, schon sehr, sehr viel mitbringt von dem, was man sich von so einem Stoßstürmer erwartet, ist 1,95 groß, kann Bälle gut halten, kann die auch vor allem technisch gut weiterleiten und ist zwar jetzt nicht der allerschnellste Stürmer, allerdings jetzt auch nicht so langsam, dass es jetzt irgendwie negativ ins Gewicht fallen würde, also bringt da wirklich sehr, sehr viel mit, gibt natürlich immer so Komponenten, an denen man immer arbeiten kann, sicherlich auch sein Kopfballspiel beispielsweise, da ist jetzt noch nicht so, so häufig so gut aufgefallen, trotz seiner Größe, also da geht sicherlich gerade im Timing noch viel, viel mehr, aber ja, auch in den letzten Wochen hat er seinen Torjäger Instinct auf jeden Fall gefunden, war für mich so ein Spieler, bei dem ich mir gedacht habe, ja, der muss noch so diesen letzten kleinen Schritt gehen, dass er wirklich dann auch zu einem Torjäger in der dritten Liga wird, den scheint er jetzt so ein bisschen gemacht zu haben, wird jetzt auch mit dem KSC in Verbindung gebracht, in der zweiten Liga, ich denke, das könnte Sinn machen, da die ja mit Matanovic einen ganz, ganz wichtigen Stoßstürmer vorne verlieren, die eine ähnliche Körpergröße haben, und beim KSC haben wir in den letzten Jahren ja verschiedene große Stürme immer wieder funktioniert, sowohl Philipp Hofmann, Mikkel Kaufmann, als eben jetzt auch zuletzt Igor Matanovic, und ja, ich glaube, das dürfte sehr, sehr gut für ihn passen, ich könnte, hätte ihn ja auch noch, ehrlich gesagt, gerne in der dritten Liga gesehen, also jetzt auch für ihn persönlich, da vielleicht bei einem sehr guten Drittligisten, um den Aufstieg mitzuspielen, ich glaube, das wäre auch nicht der verkehrteste Schritt für ihn, aber wer weiß, vielleicht kriegt er auch den Profi-Vertrag bei der ersten, das ist auch noch definitiv eine Option, und dann, ja, mal sehen, wie dann mit ihm weiter geplant werden würde, ist natürlich mit dem Abstieg der U23, der jetzt folgen wird, etwas schwieriger geworden, das ganze Thema, aber ja, wer weiß, was Freiburg dann mit Julian Schuster, dem neuen Trainer, noch so mit ihm vorhat, was sie ihm da für den Weg aufzeigen, deswegen denke ich, ist da für Freiburg in der Hinsicht auch noch nichts verloren. Kommen wir dann zu einem absoluten Durchstarter in dieser Saison, nämlich Joel Grodowski, der in dieser Saison, ja, vor allem in der Rückrunde, muss man sagen, so richtig seinen Durchbruch geschafft hat, in der Innenrunde hatte er noch ähnliche Probleme, wie auch schon in den Vorjahren, dass er zwar mit seiner Physis immer positiv aufgefallen ist, mit seiner Schnelligkeit, allerdings, ja, die Chance noch meistens ziemlich kläglich noch vergeben hat, das ist jetzt in der Rückrunde aber komplett anders geworden, ist jetzt einer der Top-Torjäger in der Liga, hat jetzt schon 15 Tore nach 28 Spielen und hat auf jeden Fall den nächsten Entwicklungsschritt gemacht, sodass er aus meiner Sicht jetzt auch der dritten Liga entwachsen ist, ist jetzt auch schon sein drittes Jahr in der dritten Liga nach zwei Jahren Ferl, jetzt das erste Jahr mit Münster, bei dem er vorher schon war, ist auf jeden Fall für mich der Hauptfaktor dafür, dass Preußen Münster jetzt auch, ja, Aufstiegsambitionen hat, denn ich denke, ohne diese Leistungsexplosion von Rodofsky wäre das definitiv nicht der Fall geworden, da hätte man mindestens sechs, sieben Punkte weniger und hätte eben keine wirkliche Chance auf den Aufstieg, ist eben sehr, sehr interessanter Spieler, allein aufgrund dessen, dass er so schnell ist und natürlich dann, ja, mit seiner Körpergröße von 1,85, auch generell mit seiner Füße ist nicht so leicht vom Ball zu trennen beziehungsweise im Laufduell zu stoppen und, ja, gerade für so eine Kontermannschaft häufig oder Umschaltmannschaft wie Paderborn beispielsweise, die sehr, sehr viel darüber schon spielen, gerade in Schlussphasen, da haben sie ja auch mit Sir Lord Conte so einen ähnlichen Spielertyp, wundert es mich nicht, dass sie ja Interesse haben an so einem Spieler, auch wenn sie inzwischen mehr über Ballbesitz auch so ein bisschen spielen, aber das würde schon vom Profil her sehr, sehr gut dahin passen, auch ein Philipp Bilbia ist ja so ein bisschen ähnlich wie er, also das Gerücht mit Paderborn überrascht mich wirklich nicht und, ja, da könnte ich mir wirklich auch gut vorstellen, dürfte da seine Einsatzminuten auf jeden Fall bekommen, auch mit einem Ilias Anser, das sind alles solche Spielertypen und, ja, denke ich würde sehr, sehr gut passen, aber wer weiß, vielleicht spielt er auch im nächsten Jahr mit Preußen Münster dann in der zweiten Liga. Und dann kommen wir noch zum letzten Spieler und das ist so für mich der Spieler und das wird für vielleicht den einen oder anderen überraschend sein, den ich aktuell, wenn es jetzt darum gehen würde, wer spielt morgen am höchsten, dann wäre es für mich persönlich tatsächlich Yannick Mause in der dritten Liga, denn Yannick Mause ist ein Spieler, den ich tatsächlich sofort, wenn ich an einen Verein denke, bei dem ich ihn im Trikot sehe, sehe ich sofort ein Augsburg-Trikot auf seiner Brust, ist einfach ein Spieler, der sehr, sehr gut dahin passen würde, weil er mit seinen 1,89 einerseits eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, auch durchaus relativ viele Kopfball-Duelle gewinnt und Augsburg ist ja durchaus auch eine Mannschaft, die viel mit langen Bällen spielt, also das würde schon mal ziemlich gut passen, dazu ist er sehr, sehr schnell, also steht da Krodowski gar nicht mal in so viel nach, sicherlich ist Krodowski nochmal eine Nummer für sich, allerdings, ja, Yannick Mause bringt das im Prinzip auch mit, ist ähnlich auch wie Krodowski jemand, der sehr, sehr viel läuft, auch gegen den Ball, das passt ja auch sehr, sehr gut zu Augsburg, die ja da immer sehr, sehr giftig einfach sind und von daher mit seinen 17 Toren in seiner Debütsaison in der 3. Liga zeigt ja auch schon, dass er ja eigentlich jetzt schon in der 3. Liga nichts mehr zu suchen hat und das war ja eigentlich von Anfang an der Fall, bei Aachen ist er auch häufig noch dadurch aufgefallen, dass er zum Beispiel sich auf linksaußen hat fallen lassen und dann, ja, mit Gesicht zum Tor Richtung Abwehr gelaufen ist, dann an der Abwehr praktisch vorbei nach innen und hat dann so lange gewartet, bis er dann den Abschluss suchen konnte, auch das ist so ein Merkmal, das man bei Augsburg häufig sieht, dass Spieler aus der Distanz auch mal abziehen, also passt er einfach mit sehr, sehr vielen Komponenten oder auch irgendwie gefühlt mit seinem Aussehen, für mich so ein bisschen ähnlich zu Arne Meier, also, ja, im Prinzip sehe ich ihn einfach schon im Augsburg-Trikot und ist für mich ein Spieler, der wirklich jetzt schon, wenn man ihn jetzt transferieren könnte, theoretisch, für mich jetzt schon bei Augsburg, neben Dimirovic beispielsweise, dann eben für Philipp Tietz spielen könnte im Sturm und ich bin mir sicher, Yannick Mause, das ist ein Name, den man sich merken sollte mit seinen 25 Jahren oder dann 26 im Sommer, auch ein Spieler, der in einem sehr, sehr guten Alter ist und, ja, ich bin mir sicher, den werden wir auf jeden Fall noch in der Bundesliga mit dem einen oder anderen spielen sehen und ich denke auch, dass Yannick Mause auf jeden Fall auch das Potenzial hat, da dann irgendwann mal zweistellig zu treffen. Ja, das soll es dann auch mit dem Video gewesen sein, lasst mir doch sehr, sehr gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da beziehungsweise welchen Spieler ich vielleicht aus eurer Sicht vergessen habe. Ich werde auch fleißig darauf antworten, vielleicht habe ich den Spieler auch aus bestimmten Gründen dann kategorisch ausgeschlossen, obwohl ich es auch so sehe, dass er höherklassig spielen könnte. Das werde ich euch dann in den Kommentaren auf jeden Fall wissen lassen. Ansonsten lasst gerne ein Like da auf dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da für weitere Videos. Macht es sein gut, haut rein und ciao.